Ich bin Fabian Kretschmer und du hörst das Beijing Briefing, der Podcast, der dir jede Woche die wichtigsten News aus China liefert, einordnet und kommentiert. Wenn du dich für China interessierst, die politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen hier, dann bist du beim Beijing Briefing genau richtig. In diesem Podcast halte ich dich Woche für Woche auf dem Laufenden, möglichst kritisch und kompakt. Ideal also für den Morgencafé, für den Weg zur Arbeit oder den Spaziergang am Abend. Mein Name ist Fabian Kretschmer, seit Ende 2019 lebe und arbeite ich als Journalist in Peking. Direkt vor Ort beobachte ich die teils dramatischen Veränderungen Chinas, einem Land, das zwar immer wichtiger wird, aber gleichzeitig auch zunehmend schwer zu verstehen. Wenn du China besser und vollständiger begreifen möchtest, dann begleite mich bei diesem Podcast. Ich freue mich. Ich freue mich. Ich freue mich. Untertitelung des ZDF, 2020